Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ist ja gut Ist ja gut Ich bin hier Lass los Kurz Gut Elisabeth Es tut mir leid Was ist das hier? Elisabeth? Ein Durchgang Einer von vielen Hier lang Was meinst du da mit einem Durchgang? Wo willst du hin? Komm Ja, hier lang Was kommst, Doc, über deinen Finger sagte? Gibt es hier eine Antwort? Hier runter Hier sind wir richtig Wieso? Was ist denn los? Elisabeth, was meinst du damit? Ein Durchgang Ich muss es dir zeigen Das werde ich vermutlich bereuen Eine Stadt auf dem Meeresgrund Lächerlich Sieh dir das an Tausende Türen Alle öffnen sich gleichzeitig Mein Gott Wunderschön Was, die Sterne? Komm Komm, es ist hier lang Komm Kriegst du sie auf? Es geht nicht Verdammt Ich dachte, wenn wir erst hier sind Hab ich die volle Kontrolle Ich dachte Was ist das? Ein Schlüssel Wo kommt der her? Er war schon immer da Ich... Ich konnte ihn nur nicht sehen Siehst du? Keine Sterne Das sind Türen Nach... Nach überall Man brauchte sich nur aussuchen Was sind das alles für Leuchttürme? Wieso sind wir... Wer... Es gibt eine Million Millionen Welten Alle verschieden Und alle ähnlich Konstante und Variablen Was? Da ist immer ein Leuchtturm Da ist immer ein Mann Immer eine Stadt Woher weißt du das? Ich sehe sie durch die Türen Dich Mich Columbia Songbird Aber manchmal Ist etwas anders Konstante Und Variablen Ja Das sind die Türen Ich bin ein Mann Ich bin ein Mann Oh Gott Ich bin ein Mann Ich bin ein Mann Mein Mann Ich bin ein Mann Ich bin ein Mann Da. Das sind wir. Nicht direkt. Wir schwimmen in verschiedenen Meeren, landen aber an derselben Küste. Am Anfang steht immer ein Leuchtturm. Kapiere ich nicht. Ist auch nicht nötig. Es passiert trotzdem. Wieso? Weil es so ist. Und immer war. Und sein wird. So viele Möglichkeiten. Sie führen uns alle zum selben Ort, wo es anfing. Niemand sagt mir, wohin ich gehe. Bokka. Das ist schon geschehen. Moment mal. Das kenne ich hier. Hier war ich schon mal. Das muss jetzt 20 Jahre her sein. Gleich noch wundert nie. Ich suchte damals... Komm nun. Die Zeit, sie drängt. Warum warst du hier? Bist du bereit, deine Vergangenheit auslöschen zu lassen? Deine Sünden zu tilgen? Wiedergeboren zu werden? Nimm meine Hand. Nein. Nein, ich will nicht. Aber du hast es schon getan. Nicht? Bist du bereit für die Wiedergeburt? Ja. Verabscheust du deine Sünden? Ja. Verabscheust du deine Schlechtigkeit? Ja. Möchtest du reinen Tisch machen? Alles, was du warst, hinter dir lassen und wiedergeboren werden im Blute des Rammes. Jesus, wasche diesen Mann rein. Vater, lass ihn wiedergeboren werden. Herr, Schluss. Was soll denn das? Geh dir weg. Sohn. Sohn. Du hast es nicht getan. Du denkst, einmal untertauchen im Fluss macht meine Taten ungeschehen? Verschwinden wir. Pass auf, diese Türen da, das sind alles Risse, oder? Öffne einen. Ein nach Paris. Ich will bloß hier raus. Erst müssen wir Comstock finden. Comstock ist tot. Nein. Er war hier. Hier lang. Meine Schulden? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Dieser Mann hat mich beauftragt, dich zu finden. Wirklich? Ja. Mädchen gegen Schulden. Moment, warte. Das stimmt nicht. Was ist das? Da war kein... Da war kein Baby. Das weiß ich. Nein, da war kein Baby. Und wenn doch, dann würde ich es niemals diesem Kerl geben. Bukka, du verlässt diesen Raum erst, wenn du es tust. David, die Zeit wird langsam knapp. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Na los. Nein. Du kannst warten, solange du willst. Am Ende wirst du ihm doch geben, was er will. Woher weißt du das alles? Ich kann alle Türen sehen. Und was hinter all den Türen ist. Und hinter einer von ihnen, sehe ich ihn. Comstock. Was habe ich für eine Wahl? Die Schuld ist beglichen. Mr. Comstock spricht Sie von Ihren Sünden frei. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Da war kein Baby. Ich sollte lediglich nach Columbia, um dich rauszuholen. Bukka, du blutest. Nein. Ich weiß doch, woran ich mich erinnere. Wir haben ihn verwirrt. Was jetzt kommt, wird seine Laune vermutlich auch nicht verbessern. Komm. Was wollen wir hier? Comstock ist tot. Wir können nur unsere Leben weiterleben. Du musst nicht... Tot? Du meinst wie Chen Lin? Wie Lady Comstock? Nein. Er lebt in einer Million. Millionen Welten. Es ist nicht vorbei, weil der Prophet tot ist. Vorbei ist es erst, wenn er gar nicht erst gelebt hat. Hey. Ich spiele nicht so mit. Hört ihr? Sie ist ziemlich instabil. Ich steig aus. Gebt sie zurück. Gebt sie zurück. Es geht schon. Spinnst du? Gib sie mir wieder, du Schwein. Es ist vorbei. Los. Nein. Nein, nein, nein. 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 Anna. Steig die Maschine. Los. Gib mir meine Tochter zurück. Nein. Nein. Anna. Anna. Nein. Nein. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, Anna. Verzeih mir. Sie ist fort, Bucker. Anna ist fort. Du warst 20 Jahre in diesem Raum und hast bereut. Dann eines Tages kam mein Mann und bot dir die Chance auf Erlösung. Die Chance für uns zusammen zu sein. Bereits das Sieg funktioniert. Aber funktioniert er. Denkst du, er hat sich gebrannt, um Buße zu tun? Verstehe ich nicht. Was war, das war. Was war, das wird sein. Sein Brandmal ist sein Kreuz, wie er unseres ist. Tilden Sie die Schuld. Sieh uns die Kleine. Und tilden Sie die Schuld. Siehst du, er reimt sich seine Geschichte zusammen. Du bist ja sehr stolz auf deine Theorie. Er fabriziert neue Erinnerungen aus seinen Alben. Tja, das Gehirn passt sich an. Ich kenn das. Bucker, wach auf. Bucker, wach auf. Hier hat es angefangen. Ich hab dich verkauft. Ich hab dich verkauft. Für sie spricht, sie wollten sich rauswinden aus dem Geschäft. Es ist alles Comstocks Schuld. Was, wenn ich zurückgegangen wäre, ihn getötet hätte. Vor all dem. Dann geraten Dinge in Bewegung. Woher weiß man denn, wie weit man zurück muss? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss in die Zeit seiner Geburt und das Schwein in seiner Krippe ersticken. Ich muss in die Zeit seiner Krippe ersticken. Bucker, bist du sicher, dass du das willst? Ich muss es tun. Nur so kann ich alles ungeschehen machen. Bucker, David. Bist du bereit für die Wiedergeburt? Wieso sind wir wieder hier? Das ist nicht derselbe Ort, Bucker. Aber natürlich, ich erinnere mich. Moment. Bist du bereit, alles, was war, zurückzulassen? Du bist nicht. Wer bist du? Du hast dich entschieden zu gehen. Aber in anderen Meeren? Eben nicht. Du hast dich taufen lassen. Und du wurdest als ein anderer wiedergeboren. Comstock. Das alles muss enden, damit es nie beginnt. Nicht nur in dieser Welt, sondern in allem. Ersteck ihn in seiner Krippe. Ersteck ihn. Ersteck ihn. Ersteck ihn. Ersteck ihn. Bevor die Entscheidung fällt. Bevor du wiedergeboren wirst. Welchen Namen nimmst du an, mein Sohn? Er ist Zachary Comstock. Er ist Uka DeWitt. Nein. Ich bin Beide. Ich bin Beide. Ich bin Beide. Anna, bist du das?